servus leute und herzlich willkommen zurück zu minecraft mit der beise liebe batiks aus batiks servus jäger so jetzt wer die letzte folge zugeschaut hat der hat schon mitgekriegt das so batiks was er entdeckt hat und an dieser stelle ich glaube ich weiß was er entdeckt hat und zwar ist mein verdacht was er entdeckt hat ein unterwassertempel wenn wir jetzt noch sagten welche richtung er unterwegs war vom eis aus das wasser mich weggezogen hallo wo bist du ich habe gesagt bleib stehen also was ein eumel gehört 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 hallo hallo ja wo du bist über dir was über mir oder wo wirst du jetzt sind halt ein wasser kalt noch hier Ja, ich bin über dir. Welche Richtung? Hör auf! Oder was? Wohin? Moment, wo sind wir gekommen? Hinten, hör mal aus der Hinten, die Richtung. So weit. So, die Richtung. Dann müssen wir hier lang. Dann müssen wir hier lang, wenn wir... Hoffe ich. Na, wenn du sagst, stahl lang, dann glaube ich da lang. Nein, das ist Spaß. Ah, Digga, das ist dunkel, Mann. Ich glaube schon hier war das. War das hier? Jo, ich glaube, das war irgendwie nicht hier. Hä? Ich glaube doch, die Richtung. Ich hab gesagt, die Richtung. Also, ich hab auf jeden Fall kein Unterwasserbumsding ist da mehr. Nicht mehr? Hast kein Traum mehr? Jo! Was ist das? Nichts Interessantes. Nein, ich hab alle verbraucht, du Honk. Okay. Ich seh schon. Nicht so langsam. Schön, Mann. Ich bin zu langsam. Schön für dich, wenn du zu langsam bist. Ja, genau, da war ich. Das hat geläuchtet. Digga, pass auf, die greifen nicht an. Die sind nicht mehr normal. Digga, was hab ich jetzt für eine Verhexung, Alter. Was ist das? Weil mir jetzt sagt irgendwie so eine Kugel an. Okay. Also, ich geh mal in den Unterwasserzeiten. Ey, der Langsamkeit abbekommen. Ja, danke, dass ich halt nicht mehr kriege. Boah! Digga, was solltest? Wie hat man gerade voller Schrocken so ein Gesicht kam von? Jan ist das voll die Arschgeigen. Nicht mal normal. Wie können die dich angreifen? Was ist ein Laserstrahl oder was ist das für? Mit was greifen die dich an? Keine Ahnung, was das genau ist. Auf jeden Fall irgendwas, wo auf den Sack geht. Hallo, pisse dich. Ja, wahrscheinlich, pisse dich doch. Digga, ich bin langsam. Ich sag, das schicke ich ja nicht. Ich unter Wasser wischere mal langsam. Also, wenn ich verreckt, bist du schuld? Ja, nur so eine Info. Ich geh jetzt da rein. Ich will wissen, was er ist. Oder ich will es leuchten. Der Arm, das sieht voll cool aus. Das kriegst du von, wenn du die Tiere tötest. Dann kannst du das machen. Diese Lampen. Denki, die kannst du gar nicht abbauen. Die gibt es drin auch. Ich muss hier drin abbauen. Okay, das dauert aber irgendwie ewig. Ja, du kannst die Tiere töten und kannst dann die holen. Dann kriegst du die Rohstoffe dafür. Diese komische Kugelfisch Gedünste. Ich weiß nicht, was ich mache. Bin ich gleich der Meinung. Okay, jetzt habe ich mich verlaufen. Verschwommen. Geh runter. Runter. Digga, bist du irgendwie behindert? Geh doch da runter. Taucht aber auch der Penner jetzt nicht mehr. Ja, wahrscheinlich jetzt, oder? Wahrscheinlich laufe ich im Wasser. Du hast keinen Trank mehr und tauscht da jetzt in diesem Ding rumrum. Digga, ich... Jetzt schwimme ich auf einmal wieder. Ja, wahrscheinlich. Du musst doppel W drücken, dann schwimmst du. Ich habe schon noch drei. Ich weiß halt nicht mehr, wie lange der anhält. Achso. Drück. Ach nee. So bei eh nicht an. Ach, ach. Wie viele gibt es von den Kack-Vieren? Die spawnen hier in Massen. Ich will wissen, was da ist. Ähm... Sonst machen wir es so, Bartix. Bartix. Ja? Dann machen wir es so, wir gehen zurück und, äh, holen nochmal Tränke oder machen nochmal Tränke und kommen dann danach wieder her. Ja, dann go. Ich weiß nicht, wie lange es noch hält. Ich weiß halt nicht, wohin gerade. Warte da, da müssen wir hier hin. Ja. Den will ich noch mitnehmen. Okay, jetzt hört es nicht mehr an. Was greift mich da an? Delfine! Delfine an! Ja, komm raus aus Masse. Egal, aber es ist schon weniger für ein Gesicht gewesen. Warum greift mich fucking Delfine an? Wahrscheinlich, weil du einen geschlagen hast. Ja, dann greift mich an. Lernen oder was? Ja. Warum? Weil sie intelligent sind. Wissen, der hat mich geschlagen, den müssen wir töten. Wartemal. Ah, jetzt hol es doch nicht an. Ich weiß aber immer nicht, wie lange der noch hält, der Tank. Wo bist du eigentlich? Ich bin hier so ein bisschen links von dir. Ich will da mal hoch, ich will wissen was das heißt. Ja, geh hoch. Komm ich jetzt nicht hoch, oder was? Ich glaube, das wäre irgendwas besonderes, das ist überhaupt nichts. Was ist das für Arsche? Oh, der Sonneaufgang hier sieht voll geil aus. Nein, nicht mehr wieder. Was ist das? Dinger. Bläschen an. Wie wenn irgendjemand verzaubert ist, aber da ist nichts. Wo bist du eigentlich, wenn ich so fahren darf? Ich bin zurück. Interessant. Ich bin zurück. 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 tun glasflasche wenn man nicht dann nicht mehr was weil du erstmal was so füllen muss ja das habe ich und denke was an appell jetzt eigentlich weil ich arschbaum jetzt sagen und sagt an appell wahrscheinlich schneiden wir raus ich weiß leider nicht wie das geht das rausschneiden ja ich bin gerade im garten sehen was freue ich jetzt eigentlich als erstes als erstes die tränke rein dann netterwarze dann wir haben aber nur noch eine netterwarze nein wir haben mehr oben 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 haben wir schon mal wir haben oben noch netterwarzen wir haben unten noch netterwarzen nein haben wir nicht doch haben wir netterwarzen die habe ich jetzt gerade rausgenommen schuld mir leid hier sechs stück und patix 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 ja kommen wir mit schilder warte ich für netterwarzen jetzt wird es dahintun ok hier muss ich dann überhaupt hin tun ok kugel fisch her haben wir das nicht gut draußen gut dass es sich kugel fisch habe ich gerade oben zu mir hoch die holen anstatt der mit den einfach kommt kugel fisch hat es wird sonst auch staub hier das war redstone staub kugel fisch hat er nimmt ja alles ich werde nicht mal nicht ich habe halt auch dazu wieder ein volles moment kugel feld der langsamkeit habe ich da habe ich zwei stück aber wenn ich noch mehr trinkt warte man ender perle habe ich hallo jeder rein jetzt hallo kann ich so dann aber nein nichts haben aber diese aber 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 nichts mehr aber aber nichts gut wasser 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 feuer 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 auf der dauer alle niederwarzen als batiks kommen mit ja ich musste mal eine führung durchs haus geben weil du es offenbar nicht war okay sonst tausend mir zu lang alles neue habe ich jetzt doch ich habe nichts war ich bin eigentlich ausgerüstet aber nicht so gut nein spaßig wieder alle darf ich von den kreislauf und ja vor die kreislaufprobleme der war masker dunkel bei mir weil jemand das licht ausgeknipst hat ohne witz keine ahnung woher steht die dinge was die nette warzen ja das war das was ich dir eigentlich zeigen wollte aber du bist ja nicht gekommen ein dinger 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 glasflaschen gemacht glasblock wozu glasflasche hab ich gewusst hey ich hab doch gerade vorne diese dinger da gehabt die hier oder sind es meine hier was das ist ja das finde ich jetzt schön warte mal zurück zurück schließen batiks schon auf der tabel geguckt ja wenn du mal seinen blick auf der tabel so nächste folge gehen wir wieder zurück zu dem schön und zu dem unterwassertempel an dieser stelle wenn es euch gefallen hat gebt ein daumen nach oben wer neu ist jetzt zur abonnieren nicht mehr zögern sofort jetzt abonnieren aktiviert die glocke schaut auf jeden fall beim batiks vorbei link ist in der video beschreibung und auch am endstream das wunderschöne beflügelte b einfach mal draufklicken kanal abonnieren video anklicken video daumen nach oben geben und an dieser stelle sage ich servus servus schl Vielen Dank.